Gerade als ich die letzte Aufnahme beendet habe, meinte Gudrun, mich anrufen zu müssen. So ein Glück habe ich irgendwie immer. Ich beende gerade die Aufnahme und ich verlabere mich. Outtake! Outtake! Yeah! Willst du kämpfen? Diesmal werde ich gewinnen. Ich warte auf dich in der Nähe von Route 34. Such mich, okay? Bye, bye! Route 34, Route 34, das ist mir jetzt ein bisschen zu weit weg. Ich bin nämlich gerade hier angekommen. Oh, oh. Why, why, why? Warum passiert das? Warum? Warum passiert das? Warum muss das passieren? Nein! Schon der zweite Outtake heute. Finde ich ganz toll. Super! Guck mich nicht so bemitleidenswert an. Lass es! Geh weg! Wast sim, du' da! 45! Findeig. Vielen Dank.